schön dass du da bist wir leben in einer wahnsinnig spannenden zeit ist es nicht so und diese zeit ist für so viele menschen vollkommen unterschiedlich ganz abhängig davon wie du das leben anschaust und wie es für dich sich zeigt schwierige lebenssituationen können ja ganz verschieden angegangen werden ich kann auf fähigkeiten in meinem leben stoßen und denken warum muss ich immer wieder so viele schwierigkeiten erleben war es ist so furchtbar ich würde so gerne darauf verzichten muss das sein ich kann darauf zu gehen und am boden zerstört sein und nicht wissen wie ich vorwärts komme ich kann auf schwierige lebenssituationen sagen aber auch spannend jetzt muss ich schauen was will ich jetzt gerade lernen was liegt in dieser situation für ein schlüssel dem ich wahnsinnig weiter bringt der letzte typ bin ich ganz wahrscheinlich auch merken nicht dass ich richtig durch viele dinge hindurch gegangen wäre in meinem leben bin ich ja alles also ganz viel dabei gewesen von unvorstellbaren situationen wie unsere tochter die 2019 tödlich verunglückt ist wie naja mehrere firmen aufbauen haben in sich ganz viele verschiedene situationen aber auch alles zu verlassen zu verkaufen aufzubrechen ins unbekannte ganz andere länder ja von konkurs über ja viele verschiedene dinge nicht wissen wie man finanziell vorwärts kommt also durch viele dinge hindurch durfte ich in mein leben gehen und wenn ich zurück schaue kann ich sagen immer wann das die momente von größter entwicklung in meinem leben ich kann nichts diese erfahrungen missen denn ich wäre nicht der der ich heute bin ohne diese erfahrung heute genau heute startet ein neuer kurs genau zu diesem thema wie komme ich durch schwierige lebenssituationen hindurch 21 tage kurs ich gebe den link hier unten drunter du kannst dich anmelden es ist kein problem du kannst den kurs jederzeit machen aber heute startet er es ist faszinierend wie unser mindset uns ständig führt ja ich bin ja auch zum beispiel durch roma hindurch gekommen ich bin schwer krank gewesen mit roma die ärzte haben gesagt ich würde nie wieder bewegen können und ich bin dann aufgestanden mitten in der behandlung habe gesagt danke ich heile mich selbst und heute ich bin durch wahnsinnige schmerzen hindurch gegangen heute freue ich mich dass ich durch die gegend restlos gesund frei mich bewegen kann ohne ein einziges medikament genommen zu haben nur aufgrund von wie verändere ich die dinge in mir die bestimmte sachen im leben verursachen wie verändere ich mein mindset wie verändere ich meine meine sicht auf die dinge so dass ich von einer sicht die mich krank macht auf eine sicht komme die mich in meine volle kraft hinein bringt denn das ist ja schlussendlich das kernthema mein gott ganz ehrlich gestanden jedes wesen und natürlich auch du wenn du wüsstest wie groß weise um vollkommen du bist und zwar immer und wie wir hier auf der erde einzig und allein ein erfahrungsspiel spielen es ist alles wie ein film eine ein hologramm in dem wir über unseren raumanzug körper hier auf der erde in dieser dimension dritte dimension wo wir vergessen wer wir eigentlich sind und durch dieses vergessen gigantisches drama und schwierigkeiten und kriege und gegeneinander und ängste und was weiß ich erleben und voll da drinnen aufgehen und voll glauben dass das alles die realität wäre und wenn wir dann anfangen da drinnen wach zu werden und zu erkennen was wir hier eigentlich spielen und dann merken wie wir alles verändern können und wie wir auf einmal aus den schwierigsten situationen die tollsten situationen gestalten können ja dann fängt das ganze leben an so was von unvorstellbar spannend zu werden darum geht es in diesem kurs und wie immer kommt das aus diesem wahnsinnigen wissen was ich in mir habe was einfach in ganz vielen unglaublich helfenden auch wirklichen übungen und dingen zu dir kommt um dich vorzubereiten auf dinge so wie es ja ganz gut ist wenn man vorräte vielleicht da und so weiter nicht du kennst ich weiter brauche ich nicht rein zu gehen wenn du meine sachen verfolgst weißt du bescheid ist es ganz nicht wir haben ja eine spannende entwicklung vor uns mit verschiedensten herausforderungen und ich kann dabei sagen diese herausforderungen finden in dir statt auch wenn du denkst katharina es stimmt nicht das ist ja außen die gefahr deswegen habe ich ja auch so viel angst zeige ich dir egal ob du es annimmst oder nicht annimmst schlussendlich ist eine frage es ist eine frage deines bewusstseins und es ist eine frage was du siehst in der situation deswegen kann wirklich deswegen sind so viele menschen sind so viele menschen sind so viele menschen in der gleichen situation und sie erleben es alle unterschiedlich eine freundin erzählte mir neulich sie war in einem harken dabei in ist ja egal wo es war und sie war auf einer insel und sie sind alle in die bank geflüchtet weil das war das sicherste und höchste gebäude und dort aus dem fenster herausgeschaut kleine insel und gesehen wie die dinge um sie herum durcheinander gewirbelt und wurden und einstürzten und es waren um sie herum erzählte wie sie alle erfahrungen dabei gemacht hatte von leuten die also gedacht haben die welt bricht zusammen und sie beispielsweise sagte war das war so spannend weil man sah plötzlich wie sozusagen war so lauter festgefahrene strukturen in der gesellschaft weg brachen aufbrachen nicht mehr funktioniert hatten und sie sagen später dieses totale zusammenkommen von ganz vielen menschen die sich miteinander geholfen haben und da war eine energie da die sonst nie dabei also sie hat es völlig genossen diesen prozess und dass das möglich ist dass menschen das so unterschiedlich erleben hängt damit zusammen wo stehe ich und welches bewusstsein habe ich lasse ich mich von meinem verstand in die angst hineinziehen und mit wo vollkommen wie in einem dramatischen film restlos reingebannt in die situation und schwitze und weine und heule und dramatisch bin mitten in diesem drama vollkommen vorhanden spiele mit und fühle alles und ich kann es fast nicht überleben oder ich überlege mir so ob ich mir das leben nehmen ja oder aber ich erlebe die genau gleiche situation bin aber ein anderer mensch mit einer anderen einstellung sagt endlich endlich weg mit dem ganzen alten zeug endlich schluss adios finanzsystem war da da ich warte ja schon lange dass ich mich nicht mehr gebunden fühle und immer irgendwas machen muss was irgendjemand sagt warum ich will ja es ist eine frage wo ich verankert bin und die welt schaut total unterschiedlich aus ja das ist wie im kleinen wenn ich sage ich habe ein glas und halb ist also ich habe ein glas mit wasser und das ist halb voll oder das ist halb leer ja beispielsweise und wenn wir tief hinein sinken in uns wenn wir erkennen was gespielt wird wie die dinge eigentlich funktionieren wenn wir den schlüssel in die hand nehmen und unser leben eigenständig aus dem drama von innen ohne hilfe ohne geld oder alles von innen verändern in eine wirklich glückliche situation das kannst du dir gar nicht vorstellen wenn wir anfangen unser schöpfer den wir in uns haben der sowieso immer erschaffen in funktion zu setzen und tun was wir wirklich wollen da geht das leben richtig los jetzt in dieser zeit geht es nur um eine einzige geschichte und dein inneres wesen in jeder einzelnen situation hilft dir mit mit jedem einzelnen drama und mit jeder einzelnen situation die möglichkeit zu ergreifen dass du dich an dich wieder erinnerst und weißt warum du ihn kann hier bis warum du hier bist warum die diese dinge begegnen wofür sie dir begegnen und welche gigantische chance da drin liegt endlich in dir in die goldene zeit einzutauchen sie ist in dir und in dem moment wo sie in dir angefangen wird zu leben wird sie mehr und mehr deine lebenssituation um dich herum ich spreche nicht aus aus meinem verstand nicht aus vorstellen nicht aus irgendetwas was ich gelernt habe sondern weil ich es lebe ich bin bewusst für diese zeit her gekommen wie ist es gelungen immer schlussendlich mich daran zu erinnern wo ich her komme warum ich hier bin mit vielen vielen unglaublich vielen seelen die hier auf der erde inkarniert sind bin ich dabei menschen zu helfen sich zurück zu erinnern und das spiel zu erkennen und zu durchschauen und damit aus der angst in die eigene kraft zu kommen es werden jeden tag mehr du hast das mit sicherheit selber in dir dass du hier bist und selbst menschen an sich erinnern willst nachdem du dich selbst an dich erinnert hast ich freue mich dass es dich gibt bis zum nächsten mal ich freue mich wenn du bei diesem kurs dabei bist mit 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 mit